Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz des Davos Rosenheim. Herzlich willkommen Rico Rossi, Gästetrainer der Kassel Laskis. Herzlich willkommen Franz Sterst, Davos Trainer, wie Sie alle wissen. Ja, wir schauen schnell auf die anderen Ergebnisse noch. Bad Nauheim, das Spiel ist beendet, gewinnt mit 4 zu 2 gegen die Heilbronner Falken. Dann hätten wir im Angebot die Beatikheim Steelers, die führen mit 7 zu 3 gegen Kaufbeuren. Der EV Landsburg führt mit 3 zu 1 gegen den SC Rissersee. Die Eisberaten Krimmenschau führen mit 4 zu 3 gegen, danke für die Aktualisierung, dann schon mal da ein, gegen Dresden. Und Ravensburg liegt zurück mit 2 zu 3 gegen Frankfurt. Ja, heute ein relativ deutliches Ergebnis, eine relativ deutliche Heimniederlage für die Stavos Rosenheim, Rico Rossi. Ihr seid gut in das Spiel gekommen und habt das ziemlich gnadenlos ausgenutzt. Ja, danke schön. Ja, wir haben diese ersten Tore in Überzahl gemacht und dann die zweiten Tore in Unterzahl. Und ich glaube, dass von diesem Punkt an wirklich alles richtig für uns gelaufen hat. Es gibt selten solche Tage, wo wirklich alles in deiner Richtung läuft. Und das war ein Tag für uns heute. Ich glaube nicht, dass wir etwas Besonderes gemacht haben. Aber wir haben ein routiniertes Spiel gespielt. Wir haben die einfachen Entscheidungen getroffen. Und dann haben wir, wie gesagt, einen Tag, wo wirklich alles in unsere Richtung gut gelaufen hat. Aber das ist ein Prozess für diese Mannschaft. Und das ist ein Auswärtsspiel, wo wir von Anfang an keine großen Turnovers, kein großes Risiko machen wollen. Und ein Anfang-Krag-Linie-Spiel liefern. Und schauen an, wo wir sind. Noch 60 Minuten. Und wie gesagt, zum guten Glück haben wir auch das Spiel in allen Bereichen wirklich alles gut gelaufen für uns. Und so, ich freue mich auf diesen Tag. Aber ich weiß, dass solche Tage selten sind. Und wir nehmen die drei Punkte und wir gehen zu Hause sehr zufrieden. Dankeschön. Wenn Rosenheim schlossen hatte, dann habt ihr einen Torhüter mit Mirka Jewinen, der so gut wie alles rausgefischt hat, zweimal muss der hinter sich greifen. Wie lange bleibt er euch erhalten? Ja, Mirka ist unser Vertrag mit uns. Und wie gesagt, der macht sein Saves, der macht seinen Job. Aber ich gehe wieder zurück. Ich glaube nicht, dass jemand etwas Besonderes für meine Mannschaft gemacht hat. Die hätten alles auf ein gutes Niveau gespielt. Die hätten einfach Entscheidungen getroffen. Und wenn der Fehler ist, wird er die Torhüter. Was ist seine Aufgabe? Er hat die Scheibe gut gehalten. Dankeschön, Rico Rossi. Franz, bei einem 2 zu 7, du sagst immer, man kann verlieren. Die Frage ist, dass wie? Wie fällt das Fazit zum Wie heute aus? Ja, ich glaube, wir haben ja letztes Mal schon nach dem Weißwasser spielt. Und wenn du gegen eine Mannschaft spielst, die besser spielt wie Weißwasser, dann verlierst du. Und das war halt der Ball. Wir haben das erste Drittel drei Chancen gegeben. Es waren drei Tore. Eins bei Überzahl, das bei Unterzahl. Ich gehe vom Schlittschuh, vom Schießrichter wieder zurück. Gegen eine Glaubrichtung von meinem Verteidiger. Und dann waren es zwei gegen eins. Da haben wir es uns auch noch mehr oder weniger selber reinlegt. Die Scheiben am Tor. Die anderen Tore, wir werden das auf Video an, das sind alles individuelle Fehler gewesen. Mann verloren, zwei Leute zu einem gegangen, zu inkonsequent. Das ist halt bestraft. Und uns tut natürlich das Fehlen, wo zwei Stammverteidiger und eben zwei Stammspieler von der Qualität her natürlich schon weh. Wobei solche Fehler dürfen, das darfst du einfach nicht machen. Das ist halt gnadenlos bestraft worden. Ich meine, wir haben ja letztes Jahr, glaube ich, auch mal in Dresden gespielt. Da war jeder Schuss, der aufs Torkampf war, drin. Ich meine, der Timo hat einen Leiter gekriegt, weil das war natürlich hart. Wir haben dann schon früh überlegt, ob wir ihn rauszuhören. Aber gut, er hat natürlich im ersten Drittel dann einen Big Safe von Gottwald gehabt. Das war es 3-2 gewesen. Da kann vielleicht noch was passieren. Aber im Gesamten waren wir heute nicht in der Lage, das Spiel so zu gestalten, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir waren dann zum Schluss mit vier Verteidiger bloß noch durch die zwei Strafen. Ja, gut, ist halt so. Die Strafen, die du ansprichst, interessant. Wie kommt denn so eine 5-plus-Spieldauer zustande nach einem Check gegen den Torhüter? Ich meine, der war ziemlich weit draußen und der Vollmeier war der scheibenführende Spieler. Naja, er war nicht der scheibenführende Spieler. Der Torwart hat schon die Scheibe gehabt, der hat ihn gecheckt. Aber wenn man es jetzt genau aussieht, das ist auch völlig müßig drüber. Normalerweise klangst du einem Torhüter nicht an. Das ist ein junger Spieler, der hat das gemacht. Die Strafenauslegung war natürlich für mich ein bisschen skurios, weil der Torhüter hat ja auch nicht geschlafen, der hat ja auch auf den reingekaut. Aber das ist, da will ich mich gar nicht drüber auslassen. So etwas passiert im Eishockey, aber im Endeffekt waren wir selber schuld. Wir haben einfach zu viele Fehler gemacht. Und wir waren auch nicht frisch genug, dass wir das spielten. Ich glaube nicht, dass die Spieler nicht bereit waren, dass sie alles tun. Mag vielleicht für den einen oder anderen so ausgeschaut haben, aber das glaube ich eben, wir waren halt heute in dem Tag nicht fähig, besser zu spielen. Vier Verletzte. Wie ist der Status bei den Verletzten? Markus Götz, André Strachow, Fabian Zick und Max Renner. Ich glaube, bei Max Renner, der wird nächste Woche operiert. Der fällt länger aus. Beim Stracki wird es wahrscheinlich nächste Woche gehen. Beim Götz wird es auch nächste Woche gehen. Bei Zick gehe ich auch davon aus. Kannst du einschätzen, wie lange Max Renner ausfallen wird? Ohne einschätzen. Länger. Gut. Danke, Franz Stehr. Gibt es denn Fragen seitens der Presse? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich erstmal für Ihr Kommen. Wünsche Rico Rossi und den Kassel-Haskis eine gute Heimreise. Wenn Sie wollen, Sonntag das nächste Spiel in Frankfurt. Das wird natürlich live übertragen bei Adi Schadivari. Und den Live-Ticker von Rosenheim24 gibt es auch. Und Spray-TV kann das sogar im Internet übertragen. Danke Ihnen und kommen Sie gut nach Hause.